ich glaube ich sollte einfach ins bett gehen was passiert ich habe die volle schöne totale arschloch map gekriegt nicht schön ja 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 …) ja 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 Okay, ich muss jetzt echt sagen, also ich habe jetzt irgendwie mir mehr erhofft. Also ich sind jetzt keine zwei Minuten und ich habe drei Leute im Basement. Ich habe keine Ahnung, ich muss mit dem Schiff loswerden. Gut, dass wir jetzt einen Genfer fertig sind. Ja genau, rennt da rein, das ist recht. Guter Plan. 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 Guter Plan.